Es wird wieder passieren, Tick. Es ist soweit. Die erste und auch die zweite Staffel, die haben so dieses Besondere, dass man den Eindruck hat, die Serie wirft mehr Fragen auf, als sie im ersten Moment beantwortet. Was ist das Besondere daran? Naja, grundsätzlich finde ich es hilfreich, erstmal eine Frage richtig gut zu stellen, bevor man mit der Antwort da ist. Das ist sowohl beim Geschichtenerzählen so, als auch bei politischen Fragen. Und wenn du eine Frage für dich auch selber im Leben anfängst, gut zu stellen, und dir überhaupt erstmal überlegst, welche Frage will ich denn überhaupt? Ach ja, die. Aber da hängt auch das mit zusammen. Dann verändert sich unmittelbar was im Körper. Und ähnlich ist das hier bei dem Ding auch, finde ich. Dadurch, dass es immer präziser bestimmte Fragen stellt, verändert sich der Organismus, der da erzählt wird. Und beim Gucken macht es auch was mit dir. Und das sind für mich weniger Fragen als jetzt so eine Mystery-Zeitreise oder sonst was. Sondern so Fragen wie, um die großen archaischen Fragen. Um was geht es im Leben? Was will ich? Was brauche ich? Und für was würde ich sterben? Für was würde ich kämpfen? Und für was ganz bestimmt nicht. Das geht fast schon so ein bisschen in die nächste Frage rein. Aber was sind so, wenn du Dark beschreiben müsstest an jemanden, der meinetwegen noch nicht mal die erste Staffel gesehen hat, sondern sagt, er sieht das Plakat oder sieht den Trailer und möchte jetzt anfangen. Was sind so inhaltlich die spannendsten Aspekte an Dark? Was würdest du da sagen? Ich finde das Tolle, dass es ein Genre-Mix ist aus Drama, Science-Fiction, von mir aus ein bisschen Mystery. Es hat aber auch für mich manchmal tragikomische Elemente, wobei die komischen mit sich halt zum Glück nicht allzu breit ausgeweist sind. Und wo große Fragen gestellt werden in einer unglaublich spannenden, komplexen Geschichte, die ich, während sie sich mir auffächert, nach und nach begreife. Da liegt auch ein großer Reiz drin. Und es macht einfach auch unglaublichen Spaß, einfach in diese Welt einzutauchen. Es gibt ja gerade so jetzt, wo die Serien so eine Hochzeit entwickelt haben, ganz viele Theorien, wenn man ins Internet geht und Dark eingibt und dann Theorien, haben sich Fans schon die fünfte, sechste Staffel ausgemalt, so gefühlt. Beobachtest du sowas? Interessiert dich sowas auch selbst? Mich interessiert es, ich beobachte das nicht, weil ich relativ nicht digital durchs Leben komme, aber finde es spannend, dass es, naja, dass das mit den Leuten so viel macht und dass die anfangen, sich was auszudenken, dass sie davon infiziert sind. Das ist ja mehr als jetzt so ein normaler Fankult, wo man irgendwas cool findet und abfeiert. Man versucht es sich zu erklären, man versucht es zu fassen, man versucht es zu begreifen im buchstäblichen Sinne. Und wenn das Fiction kann, so Fernsehen, Serien gucken, dass du nicht nur das Ding so versuchst zu verstehen, was sich dir da zeigt, sondern die Welt, fantastisch. Aber was ist, wenn Gott keine Ahnung hat, was er tut? Wenn der Plan falsch ist und Gott sich irrt? Gott irrt sich nicht. Manchmal müssen wir nur ein bisschen fester dran glauben, dass alles wieder gut wird. Überhaupt hatte ja Fernsehen oder Serie generell lange Zeit den Stellenwert. Es ist eher so Unterhaltung und nicht so komplex wie Geschichten, die auf der Leinwand erzählt werden. Das hat sich ja mittlerweile sehr geändert. Also man hat, wenn man Game of Thrones hat, wenn man eben Dark hat, wenn man, keine Ahnung, How to Sell Drugs online fast hat, um nochmal auf eine deutsche Serie zurückzukommen, dann entwickeln sich ja viel komplexere Geschichten mittlerweile. Was glaubst du, wo kam dieser Wandel her von Serien sind so nebenbei Berieselung zu? Das ist eigentlich die Hauptart, wie man sich mittlerweile unterhält. Naja, es gab ganz viele Sachen, die da zusammenkamen. Das eine war mit Sicherheit auch sowas wie ein Niedergang von einem gewissen klassischen Fernsehen, aber parallel dazu hat sich auch die Welt sehr rasant verändert und auch politisch mit dem Zusammenbruch der Systeme. war es nicht mehr klar sozusagen, das ist gut und das ist böse. Und da kann man sich nun verorten und da muss nun Rambo nach Afghanistan und irgendwelche amerikanischen Soldaten befreien, sondern die Welt ist so komplex, dass du bei den Guten hast du Böse und bei den Bösen hast du ein paar Gute. Für mich einer der wichtigsten war damals The Wire, wo sich das so gegenseitig durchdrungen hat. Das finde ich die Chance an diesen neuen Erzählweisen, dass man die Komplexität der Welt da nicht verwischt, sondern auch besser abbilden kann. Und damit geht ja auch die Komplexität der Figuren einher, mit denen erzählt wird. Ich habe mich vorhin mit einer Kollegin unterhalten, wir sind so ein bisschen die einzelnen Figuren in Dark durchgegangen. Auch so, ob das jetzt eher gute oder eher böse Figuren sind, dann ist mir so aufgefallen, eigentlich lässt sich diese Unterteilung in Dark gar nicht so zwingend machen. Was ist so spannend an Figuren, die sich im Laufe einer Serie oder von Anfang an eben nicht eindeutig einordnen lassen in Gut und Böse? Die haben wohl mehr mit der Welt zu tun. Natürlich haben auch wir noch das Bedürfnis geprägt von Grimms Märchen und unserem christlichen Abendland, die Welt in Gut und Böse einzuteilen und zu wissen, das ist deswegen der Feind, weil er böse ist. Aber mit ein bisschen Abstand und mit ein bisschen Sachverstand und ein bisschen mehr Aufklärung kann man erkennen, dass es das auch im Leben nicht gibt. Mit Sicherheit gibt es Politiker, wo ich sage, die bekämpfe ich bis aufs Messer und die sind jetzt erstmal der Feind. Aber spirituell zu verstehen, dass das, was er tut, nicht aus dem Bedürfnis, böse zu sein, sondern geliebt zu werden, Anerkennung zu kriegen. Warum auch immer, ohne es jetzt irgendwie zu freudianisch zu erzählen. Das finde ich spannend, so zu gucken, naja, da hängt dann eben doch alles mit allem zusammen. Und da kann jemand, der sagt, naja, ich mache das alles, weil ich voller Hass bin, der macht das, weil er geliebt werden will. Und ja, Gut und Böse sind Geschichten, sind Storys, die wir uns über was ausdenken. Was ich heute gut nenne, kann morgen böse sein und was ich heute böse nenne, ist für jemand anders in einem anderen Land das Gegenteil. Was das wichtig ist? Na Frage. Was ist das? Switi. Untertitelung des ZDF für funk, 2017